75 Jahre Nordrhein-Westfalen, ein fantastisches Jubiläum und das feiert die Konrad-Adenauer-Stiftung zu Recht. Wir müssen uns ja mal vergegenwärtigen, das war ja damals eine ganz andere Zeit, als NRW gegründet wurde, fragte man in den Schulen noch nach dem ersten Menschen. Genau, so wisst ihr doch, wer war der erste Mensch? Nix, fängt mit A an. Da kam es wie aus der Pistole geschossen, Adenauer. Ja, dieser berühmteste Politiker aus Nordrhein-Westfalen war ja gleichzeitig eine zentrale Figur aus dem vorletzten Jahrhundert. 1876 geboren, bereits 1917 Oberbürgermeister der größten Stadt Nordrhein-Westfalens, später aber natürlich NSNRW, na klar, ne, Kurt. Und dann Kanzler bis 1963. Mit 87 Jahren war der noch Kanzler. Da darf man bei Armin Laschet gar nicht dran denken, wenn es denn klappt. Denn der muss ja den Kindern damals vor 75 Jahren wie der erste Mensch vorgekommen sein. Und dass der so prähistorisch aussah, das sah ja aus wie so ein bisschen wie so ein Schädel aus einem vierfachen Eiszeit, der man manchmal findet. Wie der Ötzi aus der Gletscherspalte von Bad Preisig. Das lag nicht, dass der so prähistorisch aussah an der Frühgeschichte der Menschheit, sondern an der Frühgeschichte der Motorisierung. Der ist nämlich bei einem Frontalaufprall auf der Aachener Straße bereits 1917 durch die Trennscheibe geflogen. Hatte da Nasen und Jochbein gebrochen, die ganze Lippe zerschnitten. Ja, da war der ein halbes Jahr krank, das war schlimm. Aber er ist so zu seinem Gesicht gekommen, dass man sich merken konnte, dass die Politiker heute in Berlin alle gleich aussehen. Das liegt am Airbag. Aber Adenauer war für die Deutschen im Crashkurs Demokratie für Anfänger, so als sie die personifizierte Knautschzone. Das war doch eine Leistung, dass ein Volk, das vorher noch einem Führer zugejubelt hat, sich jetzt mit einem rüstigen Rentner begnügte. Gut, der Kurt Schumacher von der SPD war auch alt und er hätte auch vielleicht manches anderes gemacht, der weiß das schon. Aber die SPD hatte es ja damals mit einem völlig neuen Gegner zu tun. Denn vor dem Krieg gab es die CDU überhaupt nicht. Da gab es das katholische Zentrum. Aber jetzt wollte man quasi die Protestanten mit ins Boot nehmen, denn nur so konnte eine neue Partei überhaupt mehrheitsfähig werden. Und auf die Journalistenfrage, ob die CDU eine katholische Partei sei, solche Fragen wurden damals noch gestellt, antwortete damals Adenauer, nein, nein, sie fußt auf dem, was Katholiken und Protestanten gemeinsam haben. Der Luther war ein guter Mann. Wenn ich damals Papst gewesen wäre, hätte ich mir der mal kommen lassen, dann wäre das alles nicht passiert. Hätte ich mir der mal kommen lassen. Man merkt schon, was für eine Kanalle das war. Und genauso liegt das auch bei der programmatischen Gründung der CDU beim Adenauer-Programm. Da waren zum Beispiel die Vertreter des christlichen Sozialismus, der katholischen Arbeiterbewegung, der Arz-Jesu-Sozialisten. Die Vorläufe von Heiner Geisler und Norbert Blüb, die wollten damals quasi den Kapitalismus abschaffen und hatten einen Großteil der Gründungsmitglieder hinter sich. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Sozialismus in der CDU. Nun, warum kann man sich das nicht mehr vorstellen? Nun, dem Adenauer passte das nicht. Und so hat er direkt verhindert, dass sich da eine Programmgruppe mit den christlichen Sozialisten bildete. Er war schneller und gründete den Wirtschaftsausschuss der rheinischen CDU. Ja, die traten sich übrigens im Kloster Walberberg bei Bornheim. Und er hat das Ganze also sofort nach Nordrhein-Westfalen gelenkt. Und in diesem Ausschuss saßen selbstverständlich auch die Herz-Jesu-Sozialisten. Aber zum Vorsitzenden dieses Ausschusses machte Katholik Adenauer, jetzt kommt's, einen Protestanten, seinen Kölner Freund Robert Pferdmängels. Übrigens Erfinder, der gleich stammt mit Pferdmängelsstraße in Köln-Marienburg. Da hat er gewohnt. So, Pferdmängels Robert war ein angesehener Privatbanki, Oppenheim Bank. Und übrigens ganz nebenbei Neffe von Friedrich Engels. So klein ist die Welt. Engels aus Wuppertal, Adenauer aus Köln. Aber egal, diese Blutsverwandtschaft hatte politisch überhaupt keine Auswirkungen. Im Gegenteil. Protestant Pferdmängels war ein Kapitalist reinsten Wassers. Er saß in 38 Aufsichtsräten. Und der war jetzt quasi Ausschussvorsitzender der christlichen Sozialisten. Man kann sich vorstellen, wie sich diesem reichen Benke aus Köln-Marienburg dauernd die Nackenhaare gesträubt haben müssen, als Ausdruck gefallen sind, wie Verstaatlichung, Enteignung, Vergesellschaftung. Aber Pferdmängels hat versucht, das Ganze mit reiniger Gelassenheit zu nehmen und lediglich dem Ganzen so ein bisschen die Spitze zu nehmen. Im ersten Parteiprogramm der CDU hört es sich aber immer noch so an. O-Ton-Adenauer-Programm. Der Kapitalismus ist den Bedürfnissen der Deutschen nicht gerecht geworden. Gefordert wird ein gemeinwirtschaftliches Prinzip. Entflechtung der Konzerne, Begrenzung des Privateigentums und Mitbestimmung der Arbeiter durch planerische Selbstverwaltung. Äh, auch noch Planwirtschaft. Das wird heute nicht mal Sarah Wagenknecht unterschreiben. Aber Adenauer soll damals zum Pferdmängels gesagt haben, Robert, das hast du gut gemacht. Hauptsache das Wort Sozialismus ist raus. Und den Rest machen wir sowieso nicht. Sie wissen doch, auch Politiker haben die Wahrheit nicht für sich gepachtet. Ich selbst bin Zäue dafür. Aber im Grunde genommen war dieser Adenauer Pferdmängels-Klüngel die Wiedergutmachung der Kirchenspaltung. Denn hier konnte auf der Grundlage protestantischer Wirtschaftskraft einerseits und katholischer Sündhaftigkeit andererseits Adenauers Wirtschaftsminister Heinz Erhardt, der frühe rheinische Katholizismus, nein, rheinische Kapitalismus, gedeihen. Ludwig Erhardt, Heinz Erhardt. Das bin ich für den Feind Schellen. Nein, Ludwig Erhardt natürlich. Ganz klar, Adenauer konnte den ja nicht leiden. Das wissen Sie ja nicht. Aber trotzdem muss man sagen, ist der Terror der Ökonomie heute ein Attentat auf die Ökumene. Natürlich war auch Adenauer ein Antikommunist. Aber damals gab es ja auch noch richtige Kommunisten. Die saßen ja sogar im Parlament. Als die KPD im ersten Deutschen Bundestag wieder einzog, unter ihrem Vorsitzenden Heinz Renner, übrigens auch der erste Nachkriegsbürgermeister der Stadt Essen, Ja, da waren Adenauer und Renner freundlich zueinander. Ja, die kannten sich ja noch aus der Weimarer Zeit. Da waren wir politisch nicht so verfeindet. Und ein paar Mal hat Renner auch in Röhendorf übernachtet bei Adenauer, als er von den Nazis verfolgt war. Also die kannten sich sehr gut. Und überhaupt kam Adenauer mit den Sozialdemokraten immer besser zurecht. Und überhaupt kam Adenauer mit den Kommunisten immer besser zurecht als mit den Sozialdemokraten. Der hat zum Beispiel mit der KPD zusammen in Köln die Mühlheimer Brücke gebaut. Ja, da war zunächst eine Bogenbrücke geplant nach der Eingemeindung Mühlheims. Für 10 Millionen Goldmark, das musste reichen. Aber Adenauer wollte eine schöne Hängebrücke haben. Die kostete 15 Millionen Goldmark. Aber da waren die ganzen Stahlseile drin, die eben bei Felden und Guillaume in Köln-Mühlheim hergestellt wurden. Und da saß sein Freund Zapf im Vorstand. Und da sagte er, Zapf, du kriegst den Auftrag, ich mach das schon. Und er sagte, wir wollen eine Hängebrücke bauen. Mit schön vielen Stahlseilen. Dann sagte er, meine Partei, das Zentrum, das wollen wir nicht, das ist zu teuer. 10 Millionen Goldmark müssen reichen, wir bauen eine Bogenbrücke. Da sagte Adenauer, gut, da gehe ich immer zu den Kommunisten. Da haben wir gesagt, liebe Genossinnen und Genossen, die saßen ja damals auch im Stadtrat. Ihr müsst mit mir für die Hängebrücke stimmen, sagen die, wieso das dann? In Sowjetrussland, im revolutionären Leningrad, steht genauso eine Brücke, müssen wir hier in Köln auch haben. Und das können Sie im Stadtratsprotokoll von damals nachlesen. Da hat Adenauer mit den Stimmen der KPD gegen die eigene Partei, gegen das Zentrum, die Brücke so durchgesetzt, wie sie heute noch da steht. Das Tolle an der Geschichte ist jetzt, in Leningrad steht überhaupt nicht so eine Brücke. Aber jetzt war ja kalter Krieg und da ging das nicht mehr. Da sagte Adenauer plötzlich zu Renner, jetzt hören Sie auf, Herr Renner, Sie sind immer so freundlich zu mir. Aber ich weiß doch genau, wenn Sie an der Macht kommen, dann hängen Sie mich doch sowieso auf. Da sagte der Renner, nein, Herr Adenauer, Sie kitzel ich tot. So war auch die Wiedervereinigung für Adenauer durchaus verzichtbar. Nein, also er sollte doch Ostdeutschland und die protestantischen Preußen da drüben ruhig den Schuldschein der Geschichte bei den Russen bezahlen. Da brauchen wir uns hier wenigstens nicht zu machen. Und so war es ja auch, nicht wahr? Er mochte die Preußen sowieso nicht. Als Kölner Oberbürgermeister hat er bereits immer, wenn er in die preußische Hauptschleppe liegen musste, schon auf der Hohenzollernbrücke in Köln der Vorhänge im Abteil zugezogen gesagt, in Deutz beginnt der Bolschemismus und hinter Braunschweig die Wallachei. Seine Vision aus den 20er Jahren, Deutschland als Rheinbund, konnte jetzt nach dem Kriege endlich Wirklichkeit werden. Das war vor 75 Jahren. Und dazu brauchte er nicht die fünf neuen Länder, ach Quatsch hat er, dafür brauchte er ein rheinisches Bundesdorf als Hauptspielstätte in Nordrhein-Westfalen. Die Favoritenrolle in der Hauptstadtfrage hatte damals Frankfurt. Die traditionsreiche Metropole in Hessen lag zentral, war groß genug, die gesamte Zonenverwaltung war schon da zusammengezogen. Also nicht zu vergessen die Frankfurter Würstchen. Also alles sprach für Frankfurt, gefolgt von Stuttgart und dann Kassel. Wie kam es jetzt zu Bonn, dem damals noch völlig nichts sagenden rheinischen Haufendorf? Wie kam die Hauptstadt nach NRW? Bonn kam damals ja nicht mehr als heute Prüm. Nun, wie Sie sicher alle wissen, wohnte Adenauer seit 1937 in Rhöndorf. Und wenn Sie das Haus Adenauer da angucken, das steht ja noch, das ist ein Haus, können Sie besichtigen, können Sie schön ins Wohnzimmer gehen. Da sehen Sie den Blick, den er da hatte. Fantastisch, über den Rhein rüber, der Blick nach Westen. Hier ein bisschen schräg haben wir den Drachenfels und dann gegenüber den Rolandsbohren. Der konnte bei gutem Wetter gucken bis nach Paris. Da wohnte sein Freund, der Johl, Schal der Johl. Und wenn Sie diesen Blick nach Westen raus da sehen, da kapieren Sie plötzlich, warum dem Adenauer damals die Ossis am Arsch vorbeigingen. Da war Paris an der Eck und Berlin, JVD. Das Haus hat nach Osten gar keine Fenster, nur das Klofenster und das ist Milchglas. Jetzt klüngelte Adenauer, was das Zeug hielt, um das kleine Bonn gegen das große Frankfurt durchzusetzen. Und da war es sehr furchtbar, dass er katholisch war. Er konnte ja so viel sündigen, wie er wollte. Er konnte es ja hinterher beischten. Er versorgte seine vielfältigen Kontakte mit handfesten Unwahrheiten, frei nach seinem eigenen Motto. Man soll mit dem Sack Wahrheit nicht so um sich werfen. Er hat dem US-Botschafter in Berlin, Robert Murphy, von angeblichen geheimnisvollen Annexionsplänen erzählt, die natürlich völlig frei erfunden waren. Er sagte, Herr Murphy, in gewissen Kreisen Frankreichs denkt man auch immer über eine besondere Lösung für das linke Rheinufer. Herr Murphy, in gewissen Kreisen Frankreichs denkt man auch immer an eine besondere Regelung für das linke Rheinufer. Die Franzosen wollen uns bis zum Rhein annektieren. Solche Bestrebungen sind zur Aussichtslosigkeit verurteilt, wenn eine linksrheinische Stadtsitz der Bundesregierung wird. Völliger Quatsch. Aber nicht ohne Wirkung. Jetzt begreifen wir plötzlich, warum man nicht gleich Rhöndorf zur Hauptstadt gebracht hat. Da liegt ja ob der Scherl-Sieg. Am Tag der Entscheidung schien trotzdem der Sieg Frankfurts ziemlich sicher, da nicht nur die SPD, sondern auch die hessische CDU natürlich für Frankfurt stimmen wollte. Der erschien plötzlich Adenauer mit einem weißen Zettel bei seinen Parteikollegen und sagte, ich habe ja noch eine ganz aktuelle Agentur-Meldung, meine Herren. Der SPD feiert schon ihren Abstimmungs-Sieg für Frankfurt und denkt aber nach, wie er sich politisch als Sicht der Sozialdemokratie gegen uns ausschlachten lässt. Die Frankfurt-Befürworter fühlten sich daraufhin zur Partei-Loyalität verpflichtet und stimmten alle für Bonn. Diese Agenturmeldung war natürlich von Adenauer auch völlig frei erfunden. Hat er selber getippt. Darauf angesprochen sagte er, lieber an der Politik zur Runde gehen als an Heimweh. Und wenn der nächste Kanzler aus NRW, Armin Laschet, sowohl die Grünen, die FDP, als auch die CSU einbinden muss und auf seine Seite ziehen muss, dann soll er sich doch mal angucken, wie Adenauer das damals gemacht hat. Als er mal für eine Zweidrittelmehrheit die Stimmen der SPD brauchte, ist er einfach ans Rednerpult gegangen. Und daran merkt man auch das Demokratieverständnis dieser Zeit, das war nicht für Räupe, dass da jeder mitdiskutieren konnte, das nannte man Kanzlerdemokratie. Der Kanzler sagt, was gemacht wird und wenn sie es nicht machen, wird er böse. Im Grunde war er der letzte Kaiser. Das heißt, er geht ans Rednerpult mehr wie so ein Lehrer. Und dann sagt er, auch Sie von der SPD, ja nun stimmen Sie doch auch dafür. Sie haben doch auch ein paar klure Köpfe in Ihren Reihen, die denken können. Da meinte der SPD-Abgeordnete Dr. Arndt, das zu beurteilen steht Ihnen überhaupt nicht zu. Sagt der Adenauer, Sie habe ich auch ja nicht gemeint. Ha, 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 ha.